Die Bevölkerung, die ja nur zum geringsten Teile aus Hausbesitzern besteht, geriet in Tobsucht. Arbeiterfamilien mussten nunmehr Millionen im Jahre für ihre Wohnung bezahlen. Eine kleine Mittelstandswohnung kostete nicht unter 50 Millionen. Die Organisation der Hausfrauen, die Gewerkschaften, der Verband der Festangestellten, die Kriegsinvaliden und Kriegerswitwen, der Bund der Gewerbetreibenden, sie alle veranstalteten Massendemonstrationen und durch volle acht Tage wurde in Wien und den Provinzstädten überhaupt nicht gearbeitet, sondern vom Morgen bis in die Nacht demonstriert. Die Zahl der eingeschlagenen Fensterscheiben wuchs erschreckend und zum ersten Mal seit einer geraumen Anzahl von Jahren hörte man auf der Straße den Ruf »Nieder mit der Regierung!« Die christlichen Blätter, ebenso wie die deutschnationalen, verloren massenhaft Leser, während der Weizen der Arbeiterzeitung wieder zu blühen begann. Siebtes Kapitel Zwickerl macht Konkurs Herr Zwickerl war schlechter Laune und stocherte wütend in seinem Kirschenstrudel umher, der auf dem Teller vor ihm lag. Frau Zwickerl sah Sturm kommen und beugte vor. »Anton, was ist dir denn wieder über die Leber gelaufen? Geht das Geschäft nicht?« Das war für Herrn Zwickerl zu viel. Er schob den Kirschenstrudel fort, wurde Röter im Gesicht als die Kirschen im Strudel und brüllte »Oh ja, das Geschäft geht, zum Teufel nämlich geht es! Damit du nur weißt, Konkurs muss ich ansagen!« »Jesse, Maria und Josef!« kreischte Frau Zwickerl auf. »Wie ist denn das möglich?« »Es ist auch immer gesteckt voll im Laden und alle Leute glauben, dass du eine Goldgruben von dem Juden, dem Lessner, übernommen hast.« »Ja«, höhnte Zwickerl, »eine Goldgruben voll mit Dreck. Je mehr die Leute kaufen, desto mehr verliere ich. Weißt was? Daran sandt die verfluchten Valuten schuld. Kronen, schäbige Kronen kriege ich herein und Mark und tschechische Kronen und Franz fliegen hinaus. Zehntausend Meter Batist kaufe ich in Reichenberg und nach acht Tagen kommt der Verkäufer von der Abteilung und strahlt über das ganze blöde Gesicht und sagt, »Herr Zwickerl, die Ware fliegt einem nur so aus der Hand. Morgen haben wir nicht mehr einen Meter im Haus. Schön, denke ich mir, und gehe in die Buchhaltung. Und wie wir nachrechnen, sehen wir, dass ich, weil die tschechische Krone wieder gestiegen ist, bei jedem Meter verloren habe. Und das ist nur ein Beispiel von Hunderten. Ich schlage eber jeder war schon 300 Prozent auf und trotzdem die Krone fällt rascher, als ich aufschlagen kann. Verluste, nichts als Verluste. Und die Länderbank, die mir das Kapital zur Übernahme gegeben hat, fordert Rückzahlung und ich kann nicht zahlen, weil ich ein riesiges Defizit habe. Im Gegenteil, ich brauche wieder eine Milliarde, weil ich sonst nicht einkaufen kann.« Herr Zwickerl hatte sich Luft gemacht und war besänftigt. Er zog den Kirschenstrudel an sich heran und machte ein pfiffiges Gesicht.